ja schon eine kunst für sich muss ich sagen weil du es nicht hinbekommst ja dass das so so wird wie ich mir das gerade vorstell so 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 jawohl jetzt geht es doch endlich das ist jetzt hier gerade ein bisschen scheiss ich habe perfekt freigelassen das kann ich nicht so das ist das weiter bauen hier muss noch eine höher gehen damit das hier passt die werden jetzt sagen was ist das das wird hier unten sozusagen deine farmstätte ich hier gerade baue ich bin noch überlegen ob wir die noch eine breiter machen würde ich auch sagen auf jeden fall hätte ich ich ist bestimmt nicht ohne kohle dahinter geht der zombie auf den keks das wahrscheinlich eine reihe über mir war es als spitz hat schon weg oder was natürlich auch stein spitz hat in dem so können für diesen mist hier den ich gerade machen ich bin mal gespannt was du zu unserem domizil gleich sagt ich glaube der macht gerade sein sepferdchen sepferdchen ja sepferdchen und ich glaube freischwimmer reizt bei dem nicht ganz ich komme jetzt mal wieder hoch muss das zeug mal das wieder abgeben ja und dann das ist mal wissen wo ich ja wo bin ich denn über plan gegangen jetzt kann ich mir ja schönes hingebaut habe warte ich muss erst mal ewig lang einen stein kaputt machen so das war so ah ich sehe schon was da ist alles klar was soll man hier lang ist mir an der lava vorbei oder nicht ist das gar nicht mehr oh das ist eisen verdammt hätte irgendwann falle ich noch in die lava rein alleine weil sie da ist geht etwas auch nicht dann kann ich mir das wahrscheinlich nicht verkneifen dass ich lache alter was versucht die kuh hier oben die wollte hallo sagen hallo micha ja geh weg kuh das war eine kuh hast du mich jetzt kuh genannt oder was ah ich sehe ich sehe einen balken ich komme langsam höher ja ich sehe es lang war er verschwunden fällt mir ja spontan das lief von schneewicht und die sieben zwerge ein heiho heiho ok ja alles klar nein warte ich komme gerade hoch oh alter wo kommt denn das skelett auf einmal hierher mitten im haus ja braver hund braver hund ähm weißt du wolle redstone diamanten lassen wir erstmal westerstein 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 eine poolparty ich mache eine poolparty steinschwert ach ne steinschwert brauche ich dann noch oder erde trans erreicht noch wobei man kann nie wissen ach so was haben wir hier lapis brauchen wir nicht das brauchen wir nicht woher noch hin noch ich habe weizen dabei glasweizen drüben guter mais das ist gut wie jeder weiß das schmeckt super hammer maple lecker ok ähm ich würde aber hier die erde trotzdem weg machen ich habe den da oben ne ich habe jetzt oh 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 haha lebst du noch lebst du noch jaja alles cool hé was macht die kuhe hier oben ah die ist gerade die treppe hochgekommen was ist das denn für eine treppe Ja, die ist gerade hier. Ist aber klein. Ich würde das so zwei breit machen. Du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, wir hatten auch ein Skelett hier oben. Ich meinte, es müsste gerade. Ich hätte die eben ein bisschen höher, eine höher gesetzt. Bitte? Ich hätte den Boden hier den Boden noch höher gesetzt, weil du die Fenster, du musst ja mal rechnen, die Fenster grenzen dann an den Decke an. Ja. Also den würde ich einen höher setzen. Und hier oben die... Ja, einen höher und quasi hier das so zu. Lieber Hund. Das ist der Skelett und der Küper da. Ich sag doch, die machen Poolparty. Hast du Pfeile? Warte, warte, warte. Ja, zwei Stück. Gib mal, ob die reichen. Ja, das weiß ich. Okay, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, was du meinst. Mach mal da. So. Das Problem ist... Äh, das wollte ich nicht. Was hab ich denn jetzt hier wieder gemacht? Ich wese es nicht, mein Freund. Ich wese es nicht. Ich will ja eigentlich... Wollte ich ja, ähm... Ich war grad so stolz auf mich. Ich weiß nicht, dass ich jetzt so schön... Letztlich so... Der Ansatz ist gut. Ja... Das Problem ist, der Creeper... Der bombt mir gleich das Feld weg. Ja. Ja. Nein! Und da ist es. Ich... Mann! Jetzt darf ich den ganzen Boden wieder rausreißen. Jetzt darf ich das ganze Feld wieder neu setzen. So eine Scheiße, ey. Ach, Mann! Aber ich weiß, ey. Kacke, ey. Jetzt weiß ich, warum die Co hier drin ist. Und hier ist die Tür offen gewesen die ganze Zeit. Boah, ich brauch Erde. Scheiße, Mann. Erde? Warte, ich hab Erde. Ich hab Erde. Ich hab Erde bei mir. Hab schon, hab schon, mach schon. Mach immer weiter da. Scheiße, ey. Blöde. Alter, das ist irgendwie wie eine Burg. Von außen. Was? Wie? Wie eine Burg. Ja, ich... Es ist ein... Ähm... Hier. Erde. Brauch keine Erde. Du hast gerade gesagt, du brauchst Erde. Jetzt bring ich dir Erde. Ey, ich hab doch gerade gesagt, du brauchst nicht kommen. Du hörst du mir zu. War zu spät. Ja, ja. 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 Komm, muss man nach... Ja, zusammen, ne? What? Als... Ja. Das war ein... Liebe Leute, das war nur ein kleiner Scherz. Wir sind nicht wirklich geirrt. What? What? Was ist mit dir? What? Oh mein Gott. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass die ganzen Birkenbatter, die ich hier gerade verbaut habe, dass die reichen für den Boden. Achso. Dass ich... Dass ich keine mehr... Wie komme ich jetzt hier rein? Hier, hier ist doch eine Tür. Okay. Warte, dann machen wir das mal... Weg. Diese scheiß Kuh hier oben, ne? Ehrlich. Das ist unsere Hauskuh. Ja, ich sag ja, da lässt du einmal die Tür offen, ne? Schon kriegst du tierischen Besuch. Das ist unsere Hauskuh. Eine Hauskuh, ja. So, jetzt haben wir das. Eisenrüstung bauen. Problem ist, dadurch... Ich glaub... Du bist ja... Brauchst du erst... Brauchst du ne Rüstung? Sonst baue ich mir erst mal eine. Ach. Weil wenn ich unten farme, halt, dass ich dann nicht, dass ich da irgendeinen Besuch bekomme wieder. Ach, ein Eimer wollte ich dann mitnehmen. So, Eimer. Mach, mach, mach du erst mal für dich. Ähm, ich bin ja hier eh noch... Nein, mir fehlen zwei Eisen. Kacke. Das ist die natürliche Grenze hier. Oh, 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 oh. Guck mal. Aussehe. Ups. Warte. Das hat gerade... Äh, äh, ihr hattet gerade ein übelstes Leck. Ich hatte ein Leck? Nein. Ne, ich hatte gerade ein übelstes Leck. Oh. Oh. Du siehst aus wie ein Prinz in Weiß. Ein Prinz in Weiß. Ne, gibt's nicht. Es gibt nur... Eisen, Diamant, Gold, glaube ich. Ja, auf dem... PC gibt's, glaube ich, noch Holz. Vergiss mal immer nicht, die Tiere nebenbei zu füttern, ne? Ja. Warte mal, wie war das denn? Wie war denn Brot? Warte mal. War du Brot? Ich hab nur nix dabei. Ach, hier ist Brot. Wow. Ausblenden. Ich sag Brot und meine Kinect geht an. Auch nicht schlecht, dass, ähm... Ich hab auswärts in meine Achse weggeschmissen. Okay, auch nicht schlecht. So, warte mal. Ich brauch jetzt den Wassereimer. Dann mach mal die Axt da hoch. Hast du Baumstämme? Micha? Ja? Hast du Baumstämme? Baumstämme? Hm? Hab ich noch. Also, abgebautes Holz. Also, ja, ähm... Ja, Birkenholz hab ich noch. Äh... Mehr als genug. Also, ein ganzes Stack voll. Gib mir mal einen halben. Ähm, wo stehst du denn? Da. 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 Dann geh ich nämlich jetzt unten bei der Farmen. Perfekt. Das haben wir. Das haben wir. Und da rein. Wolle. Keine Ahnung, warum ich Wolle dabei hab. Das brauch ich auch nicht. Ach, das brauch ich jetzt auch nicht. Jetzt tun wir auch mal da rein. Dann haben wir jetzt zweimal... Eisen. Eisen. Jetzt hack er so. Hammer, das Hammer, das Hammer. Überall. Eisen nehmen wir auch nochmal mit. Hm? Überall, wo ich's nicht gerade gebraucht hab, hat der jetzt, ähm... Quasi mir Holz hingesetzt. Wer hat dir Holz hingesetzt? Ja, hier, ähm... Der hat nicht so, genau so, so ziegelsicher gesetzt, gerade, wie ich das gerade wollte. Und wieder kreuz und quer alles. Hm. Ich hab gerade ein Problem. Ich bin gerade hier runtergegangen. Und auf der anderen Seite... Ja. ... steht ein Skelett. Ja, doch. Es, ich wusste, dass es mich schießt, ja. Dann muss ich dir nochmal recht geben, dass du mit dem... ... setzt die Decke ein, also den Fußboden quasi. Ein Stück höher, besser aussieht, ne? Die haben mich erwischt. Gibt's ja wohl nicht. Saubeutel. Ich wusste es doch. Genau das Problem, was ich gesagt hatte, dass ich auf der Seite stehe und auf der anderen Seite steht der eine Skelett. Ja. So. Wir werden uns jetzt da unten ein bisschen breit machen. What the fuck? Was ist das? Na, 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 wer hat denn hier so... Na, guck mal. Kraft. Kraft auch. Du kommst ja gar nicht. Ich... Haha, ich seh doch gar nichts mit Freunden. Ja, hier. Was ist das? Überall Bloops. Blooper Party. Aber ohne Witz. Blooper Party ist gut. Direkt erst mal fast ein ganzes Level wieder gemacht. So. Ne, ich muss hier ausleuchten, merke ich gerade. So. Da noch eine Leuchte. Da eine Leuchte. Du bist eine Leuchte. So. Oh. Warum hast du mir hier uns weiter aus? Und natürlich habe ich wieder vergessen. Ah, nee, guck mal. Das ist ja Birkenholz. Ich bin ein Bauern auf dem Land und bleibe Kühe. Ich kriege keine Frauen. Haha. Ha. So. Nein, das ist anderes Holz. Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr. Was habe ich denn hier genommen? Verdammt. Ich habe dir Birken gegeben. Ja, das weiß ich. Aber... Jetzt muss ich nochmal so lange Erde nehmen. Das nachher mal noch ein bisschen ausbauen. Wir werden uns jetzt hier nochmal eine Werkbank hinbauen. Oder so. So. Ich will den... Genau, ich mache das auch noch. Ich verbaue jetzt erstmal alles an Birkenbretten, was ich noch habe. Und dann baue ich den Rest wieder ab. So. Aber... Meine liebe Andi, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wenn ich den Boden eins höher setze, Das ist unser Eingang von unserem zukünftigen Lager. Obwohl, der kann ich ja eigentlich freilassen. Wieso, dann machst du halt eine Treppe runter, dann dahin. Ja, ne. Pass schon. Ich habe... Ich habe es mal Rackle gefunden. Ach. Ich habe das schon... Also quasi eine Lösung gefunden. Da ist einfach eine kleine Lücke. Im Boden. Was sucht die Spinne im Haus? Was?